Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 1 Um Personen Pessoas Ich Eu Ich und du Eu e tu Wir beide Nós os dois Er Er und sie Ele e ela Sie beide Eles os dois Elas as duas Der Mann O O Homem Die Frau A Mulher Das Kind A A Criança Aine Família Uma Família Meine Meine Familie A Minha Família Meine Família ist hier A Minha Família está aqui Ich bin hier Eu Eu aqui Du bist hier Tu estás aqui Er ist hier und sie ist hier Er Er está aqui Er está aqui Wir sind hier Wir sind hier Wir sind Wir sind Ihr seid hier Ihr seid estão hier Sie sind alle hier Eles estão todos hier Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte 50 Languages 2 2 Familie Familie Der Großvater O Avó Die Großmutter A Avó Er und sie Ele e Ela Der Vater O Pai Die Mutter A Mãin Er und sie Ele e Ela Der Sohn O Filho Die Tochter A Filha Er und sie Ele e Ela Der Bruder O Irmão Die Schwester A Irmã Er und sie Er und sie Er und sie Onkel O Tio Die Tante A Tia Er und sie Wir sind eine Familie Wir sind eine Familie Die Familie ist nicht klein Die Familie ist klein Die Familie ist groß Die Familie ist groß 50 Languages Drei Três Kennenlernen Conhecer Hallo Guten Tag Guten Tag Bom Dia Wie geht's Como estás Comen Sie aus Europa Você é da Europa Comen Sie aus América Você é da América Comen Sie aus Ásien Você é da Ásia Em welchem hotel wohnen Sie Em que hotel é que vive Wie lange sind Sie schon hier Há quanto tempo é que está cá Wie lange bleiben Sie Quanto tempo é que vai ficar Gefällt es Ihnen hier Gosta de estar cá Machen Sie hier Urlaub Está a passar férias Aqui Besuchen Sie mich mal Venha visitar-me um dia Hier ist meine Adresse Aqui está a minha morada Sehen wir uns morgen Vemo-nos amanhã Tut mir leid Ich habe schon etwas vor Desculpe Mas já tenho outros planos Tschüss Adeus Auf wiedersehen Até à próxima Bis bald Até breve 50 Languages 4 4 In der Schule Na escola Wo sind wir? Onde é que estamos? Wir sind in der Schule Wir haben unterricht Das sind die Schüler Estes são os alunos Das ist die Lehrerin Esta é a professora Das ist die Klasse Esta é a turma Was machen wir? O que é que fazemos? Wir lernen Nós estudamos Aprendemos Wir lernen eine Sprache Nós aprendemos Uma língua Ich lerne Englisch Eu Aprendo Englisch Du Lernst Spanisch Du Aprendes Espanhol Er lernt Deutsch Ele Aprenda Alemão Wir lernen Französisch Nós Aprendemos Französisch Ihr lernt Italienisch Vocês Aprendem Italiano Sie Lernen Russisch Eles Elas Aprendem Russo Sprachen Lernen Ist Interessant Aprender Línguas É Muito Interessante Wir wollen Menschen verstehen Nós queremos Entender As Pessoas Wir wollen Mit Menschen Sprechen Nós queremos Falar Com As Pessoas Fifty Languages Fünf Cinco Länder und Sprachen Países e Línguas John Ist Aus London O João É De Londres London Liegt In Groß Britannien Londres Londres Fica Na Grã Britannia Er Spricht Englisch Ele Fala Inglês Maria Ist Aus Madrid A Maria É De Madrid Madrid Ligt In Spanien Madrid Fica Na Espanha Sie Spricht Spanisch Ela Fala Espanhol Peter Peter und Martha Sind Aus Berlin Pedro und Martha São De Berlin Berlin Liegt In Deutschland Berlin Fica Na Alemanha Spricht Ihr Beide Deutsch Vocês Os Dois Falam Alemão London Ist Eine Hauptstadt Londres É Uma Capital Madrid und Berlin Sind Auch Hauptstädte Madrid und Berlin Também São Capitais Die Hauptstädte Sind Groß und Laut As Capitais São Grandes E Barulhentas Frankreich Ligt In Europa A França Fica Na Europa Égipten Ligt In África O Egito Fica In África Japan Ligt In Asien O Japão Fica Na Ásia Canada Ligt In Nord América O Canadá Fica Na América Do Norte Panama Ligt In Middle América O Panamá Fica Na América Central Brasilien Ligt In Südam América O Brasil Fica Na América Do Sul 50 Languages Sechs Seis Lesen und Schreiben Leer y Schrever Ich lese Eu laio Ich lese einen Buchstaben Eu laio uma letra Ich lese ein Wort Eu laio uma palavra Ich lese einen Satz Eu laio uma frase Ich lese einen Brief Eu laio uma carta Ich lese ein Buch Eu leio un livro Ich lese Eu leio Du liest Tu lés Er liest Ele lê Ich schreibe Eu escrevo Ich schreibe einen Buchstaben Eu escrevo livro Ich schreibe Eu escrevo Du schreibst Du escreves Er schreibt Ele escreve Fifty languages Sieben Sete Zahlen Números Ich zähle Ich conto Eins zwei drei Um dois três Ich zähle bis drei Eu conto até três Ich zähle weiter Eu continuo a contar vier fünf sechs quatro cinco seis sieben acht neun sete oito nove Ich zähle Eu conto Du zählst Tu contas Erzählt a terceira vier der vierte quatro o quarto a quarta fünf der fünfte cinco o quinto a quinta sechs der sexte seis o o sexto a sexta sieben der siebte sete o sétimo a sétima acht der achte oito oitavo a oitava noin der nounte nove o nono a nona o t fifty languages a oito Uhrzeiten As horas Entschuldigen Sie? Desculpe Wie viel Uhr ist es bitte? Que horas são, por favor? Danke vielmals Muitissimo obrigado, muitíssimo obrigada Es ist ein Uhr É uma hora Es ist zwei Uhr São duas horas Es ist drei Uhr São três horas Es ist vier Uhr São quatro horas Es ist fünf Uhr São cinco horas Es ist sechs Uhr São seis horas Es ist sieben Uhr São sete horas Es ist acht Uhr São oito horas Es ist neun Uhr São nove horas Es ist zehn Uhr São dez horas Es ist elf Uhr São onze horas Es ist zwölf Uhr São doze horas Eine Minute hat sechzig Sekunden Um minuto tem sessenta segundos Eine Stunde hat sechzig Minuten Uma hora tem sessenta minutos Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden Um dia tem vinte e quatro horas Fifty Languages Neun Nove Wochentage Dias da Semana Der Montag A Segunda-Feira Der Dienstag A Terça-Feira Der Mittwoch A Quarta-Feira Der Donnerstag A Quinta-Feira Der Freitag A Sexta-Feira Der Samstag O Sábado Der Sonntag O Domingo Die Woche A Semana Von Montag Bis Sonntag De Segunda-Feira A Domingo Der Erste Tag Ist Montag O Primeiro Dia É Uma Segunda-Feira Der Zweite Tag Ist Dienstag O Segundo Dia É Uma Terça-Feira Der Dritte Tag Ist Mittwoch O Terceiro Dia O Terceiro Dia É Uma Quarta-Feira Der Vierte Tag Ist Donnerstag O Quarto Dia É Uma Quinta-Feira Der Fünfte Tag Ist Freitag O Sexta-Feira O Sexto Dia É Uma Sexta-Feira O Sexta-Feira Só Trabalhamos Cinco Dias Heute Morgen Heute ist Sonntag. Heute arbeite ich nicht. Heute não trabalho. Ich bleibe zu Hause. Eu fico em casa. Morgen ist Montag. Amanhã é segunda-feira. Morgen arbeite ich wieder. Amanhã volto ao trabalho. Ich arbeite im Büro. Eu trabalho num escritório. Wer ist das? Quem é? Das ist Peter. É o Pedro. Peter ist Student. O Pedro é estudante. Wer ist das? Quem é? Das ist Marta. É a Marta. Marta ist Secretärin. A Marta é secretária. Peter und Marta sind Freunde. O Pedro e a Marta são amigos, namorados. Peter ist der Freund von Marta. O Pedro é o amigo, namorado da Marta. Marta ist die Freundin von Peter. A Marta é a amiga, namorada do Pedro. O Pedro é o amigo. O Pedro é o amigo, namorado da Marta. O Pedro é o amigo, namorado da Marta. Fifty languages. Elf. Onze. Monate. Meses. Der Januar Janeiro Der Februar Fevereiro Der März Março Der April Abril Der Mai Maio Der Juni Das sind sechs Monate São seis meses Januar, Februar, März Janeiro, Fevereiro, Março Abril, Mai und Juni Abril, Maio, Junho Der Juli Julho Der August Agosto Der September Setembro Der Oktober Outubro Der November Novembro Novembro Der Dezember Dezembro Das sind auch sechs Monate Também são seis meses Juli, August, September Dezembro Julho Agosto Setembro Oktober Novembro Dezembro Outubro Outubro Novembro Dezembro Abrufits Dezembro Dezembro Ich trinke Tee. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Mineralwasser. Trinkst du Tee mit Citrone? Bebes Chá com Limão? Trinkst du Kaffee mit Zucker? Bebes Kaffee com Açúcar? Trinkst du Wasser mit Eis? Bebes Água com Gelo? Hier ist eine Party. Aqui há uma festa. Die Leute trinken Sekt. As Pessoas bebem Espumante. Die Leute trinken Wein und Bier. As Pessoas bebem Vinho e Cerveja. Trinkst du Alkohol? Bebes Alkohol? Trinkst du Whisky? Bebes Whisky? Trinkst du Cola mit Rum? Bebes Coca-Cola com Rum? Ich mag kein Insekt. Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Wein. Ich mag keinen Wein. Ich mag kein Bier. Das Baby mag Milch. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. A Mulher gosta de sumo de laranja e de sumo de turanja. 50 Languages 13 13 Tätigkeiten Atividades Was macht Marta? O que é que faz a Marta? Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet am Computer. Ela trabalha com Computador. Wo ist Marta? Onde é que está a Marta? Im Kino. No cinema. Sie schaut sich einen Film an. Ela está a ver um Film. Was macht Peter? O que é que faz o Pedro? Er studiert an der Universität. Er studiert an der Universität. Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Wo ist Peter? Onde é que está o Pedro? Im Café. Er trinkt Kaffee. Er bebe Kaffee. Wohin gehen Sie gern? Aonde é que eles gostam de ir? Ins concert. Aos concertos. Sie hören gern Musik? Eles gostam de ouvir música. Wohin gehen Sie nicht gern? Aonde é que eles não gostam de ir? In die Disco. À discoteca. Sie tanzen nicht gern? Eles não gostam de dançar. Fifty Languages Fiercen Quatorze Farben Cores Der Schnee ist Weiß. A Neve é Branca. Die Zone ist Gelb. O Sol é Amarelo. Die Orange ist Orange. A Laranja é Cor de Laranja. Die Kirsche ist Rot. A Cereja é Vermelha. Der Himmel ist Blau. O Céu é Azul. Das Gras ist Grün. A Relva é Verde. Die Erde ist Braun. A Terra é Castanha. Die Wolke ist Grau. A Nuvem é Cinzenta. Die Reifen sind Schwarz. Os pneus são Pretos. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. De que cor é a Neve? Branca. Welche Farbe hat die Zone? Gelb. De que cor é o Sol? Amarelo. Welche Farbe hat die Orange? Orange. De que cor é a Laranja? Cor de Laranja. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. De que cor é a Cereja? Vermelha. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. De que cor é o Céu? Azul. Welche Farbe hat das Gras? Grün. De que cor é a Relva? Verde. Welche Farbe hat die Erde? Braun. De que cor é a Terra? Castanha. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. De que cor é a Nuvem? Cinzenta. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. De que cor são os pneus? Pretos. De que cor é a Terra? 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 Fifty Languages. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich mache einen Obstsalat. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Sandwich mit Margarina und Tomate. Ich esse einen Sandwich mit Margarina und Tomate. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Päum und Arroz. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Päis und Bifes. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Päis und Spaghetti. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wo ist ein Supermarkt? Onde ist ein Supermarkt? Onde ist ein Supermarkt? 50 Languages 16 16 Jahreszeiten und Wetter Das sind die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten. Die Frühling sind die Mal verraten. We braucheninguém. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Der Winter ist kalt. Im Winter schneit oder regnet es. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. No inverno gostamos de ficar em casa. Es ist kalt. Está frio. Es regnet. Está a chover. Es ist windig. Está vento. Es ist warm. Está calor. Es ist sonig. Está sol. Es ist heiter. Está a bom tempo. Wie ist das Wetter heute? Como é que está o tempo hoje? Es ist kalt heute. Hoje está frio. Es ist warm heute. Hoje está calor. Fifty languages. Siebzehn. Dezassette. Im Haus. Im Haus. Hier ist unser Haus. Hier ist unser Haus. Hinter dem Haus ist ein Garten. Atrás da casa há um Quintal. Vor dem Haus ist keine Straße. Siebzehn. Siebzehn. Hier ist meine Wohnung. Hier ist meine Wohnung. Hier ist die Küche und das Bad. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Alli sind die Saal und das Schlafzimmer. Die Haustür ist geschlossen. A porta de casa está fechada. Aber die Fenster sind offen. Mas as janelas estão aberdas. Es ist heiß heute. Hoje está calor. Wir gehen in das Wohnzimmer. Nós vamos para a sala. Dort ist ein Sofà und ein Zessel. Alli há um Sofá e uma Poltrona. Setzen Sie sich. Sente-se. Dort steht mein Computer. Alli está o meu computador. Dort steht meine Stereoanlage. Alli está a minha aparelhagem. Der Fernseher ist ganz neu. A televisão é nova. 50 Languages 18 18 Hausputz Limpeza da casa Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Heute haben wir Zeit. Heute putzen wir die Wohnung. Heute vamos limpar o apartamento. Ich putze das Bad. Eu limpo a casa de banho. Mein Mann wäscht das Auto. Die Kinder putzen die Fahrräder. As Crianças lavam as Bicicletas. Oma gießt die Blumen. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. As Crianças arrumam o quarto. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Eu ponho a roupa na máquina de lavar. Ich hänge die Wäsche auf. Ich stelle die Wäsche auf. Ich bügele die Wäsche. Die Fenster sind schmutzig. As Janelas estão sujas. Der Fußboden ist schmutzig. O chão está sujo. Das Geschirr ist schmutzig. A Louvre ist schmutzig. Wer putzt die Fenster? Wer saugt staub? Wer spült das Geschirr? Wer laufe die Spüren? 50 Languages 19 19 In der Küche Na Cozinha Hast du eine neue Küche? Tens uma Cozinha nova? Was willst du heute kochen? O que é que queres cozinhar hoje? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Cozinhas num fogão elettrico ou num fogão a gás? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Vou cortar as cebolas? Soll ich die Kartoffeln schälen? Vou descascar as batatas? Soll ich den Salat waschen? Vou lavar a alface? Wo sind die Gläser? Onde é que estão os copos? Wo ist das Geschirr? Onde é que está a louça? Wo ist das Besteck? Onde é que estão os Talheres? Hast du einen Dosenöffner? Tens um Abrelatas? Hast du einen Flaschenöffner? Tens um Abridor de Garrafas? Hast du einen Korkenzieher? Tens um Sack Arrolhas? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Cozinhas a Suppe nesta Panela? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Fritas o Peixe nesta Frigideira? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Grelhas os legumes neste Grelhador? Ich decke den Tisch. Eu ponho a mesa. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Aqui estão as Facas, os Garfos e as Colheres. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Aqui estão os Copos, os Pratos e os Guardanapos. Fifty Languages Zwanzig Vinte Small Talk Eins Conversa um Machen Sie es sich bequem. Esteja à vontade. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Sinta-se em casa. Was möchten Sie trinken? O que é que quer beber? Lieben Sie Musik? Gosta de Musik? Ich mag Klassische Musik. Eu gosto de Musik Klassika. Hier sind meine CDs. Hier sind meine CDs. Spielen Sie ein Instrument? Toca algum Instrumento? Hier ist meine Gitarre. Hier ist meine Gitarre. Hier sind meine Bücher. Ich lese gerade dieses Büch. Ich lese gerade dieses Buch. Ich lese gerade dieses Buch. Gehen Sie gern in die Oper? Gosta dir a Opere? Fifty Languages Einundzwanzig Windjung Smalltalk 2 Woher kommen Sie? De onde é que você é? Aus Basel Basel liegt in der Schweiz Basel liegt in der Schweiz Basel é na Suíça Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Posso apresentar-lhe o Sr. Müller? Er ist Ausländer Er spricht mehrere Sprachen Ele fala várias línguas Sind Sie zum ersten Mal hier? É a primeira vez que está aqui? Nein, ich war schon letztes Jahr hier Aber nur eine Woche lang Mas só uma semana Wie gefällt es Ihnen bei uns? Gosta de aqui estar? Sehr gut Die Leute sind net Gosto muito As pessoas são muito simpáticas Und die Landschaft gefällt mir auch Und die Landschaft gefällt mir auch Nein Meine Frau Mein Mann ist auch hier Und dort sind meine beiden Kinder E ali estão os meus dois filhos Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiocurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 22 22 Small Talk 3 Conversa 3 Rauchen Sie? Você fuma? Früher, ja Antigamente, sim Aber jetzt rauche ich nicht mehr Mas agora já não fumo Stört es Sie, wenn ich rauche? Incomoda-se que eu fume? Nein, absolut nicht Não, de modo algum Das stört mich nicht Isso não me incomoda Trinken Sie etwas? Bebe alguma coisa? Einen Cognac? Un Cognac? Nein, lieber ein Bier Reisen Sie viel Viaja muito? Ja Meistens sind das Geschäftsreisen Sim, aber jetzt machen wir hier Urlaub Aber jetzt machen wir hier Urlaub Mas agora estamos aqui de férias Was für eine Hitze Que calor Ja, heute ist es wirklich heiß Sim, heute ist es wirklich heiß Gehen wir auf den Balkon Vamos para a varanda Morgen gibt es hier eine Party Amanhã Há aqui uma festa Comen Sie auch? Você também vem? Ja Wir sind auch eingeladen Sim, nós também fomos convidados Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte 50 Languages 23 23 Fremdsprachen lernen Aprender línguas estrangeiras Wo haben Sie Spanisch gelernt? Onde é que aprendeu espanhol? Können Sie auch Portugiesisch? Também fala Portugiesisch? Ja, und ich kann auch etwas Italienisch Sim, e eu também falo um pouco de Italiano Ich finde Sie sprechen sehr gut Eu acho que você fala muito bem Die Sprachen sind ziemlich ähnlich As línguas são muito parecidas Ich kann Sie gut verstehen Eu percebo-as bem Aber sprechen und schreiben ist schwer Mas falar e escrever é difícil Ich mache noch viele Fehler Eu ainda faço muitos erros Bitte korrigieren Sie mich immer Korrija-me sempre, se faz favor Ihre Aussprache ist ganz gut A sua pronúncia é muito boa Sie haben einen kleinen accent Man erkennt woher Sie kommen Nota-se de onde você é Was ist ihre muttersprache? Qual é a sua língua materna? Machen Sie einen Sprach-Curs? Está a tirar um curso de línguas? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Qual é o manual que usa? Ich weiß im Moment nicht wie das heißt Eu não me lembro agora Como é que isso se chama Mir fällt der Titel nicht ein Não me lembro do Titel Ich habe das vergessen Eu esqueci-me Fifty Languages Vierundzwanzig Vintiquatro Verabredung Encontro Hast du den bus verpasst? Perdeste o autocarro? Ich habe eine halbe Stunde Auf dich gewartet Eu esperei por ti meia hora Hast du kein Handy bei dir? Não tens um telemóvel contigo? Sei das nächste mal Pünktlich Da próxima vez Seê pontual Nimm das nächste mal ein taxi Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Morgen habe ich frei. Wollen wir uns morgen treffen? Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Desculpe, mas amanhã não posso. Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Já tens planos para este fim de semana? Oder bist du schon verabredet? Ou já tens algum encontro? Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Eu sugiro que nos encontremos no fim de semana. Wollen wir Picnic machen? Vamos fazer um Picnic? Wollen wir an den Strand fahren? Vamos à praia? Wollen wir in die Berge fahren? Vamos às montanhas? Ich hole dich vom Büro ab. Eu vou buscarte ao escritório. Ich hole dich von zu Hause ab. Eu vou buscarte a casa. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Eu vou buscarte à paragem do Autocarro. 50 Languages 25 In der Stadt Na cidade. Ich möchte zum Bahnhof. Gostaria de ir à Estação Ferroviária. Ich möchte zum Flughafen. Gostaria de ir à Baixa. Gostaria de ir ao aeroporto. Como é que chego à Estação? Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich ins Stadtzentrum? Ich brauche ein Taxi Ich brauche einen Stadtplan Ich brauche ein Hotel Ich möchte ein Auto mieten Hier ist meine Kreditkarte Hier ist mein Führerschein 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 Was gibt es in der Stadt zu sehen? O que é que podemos ver na cidade? Gehen Sie in die Altstadt Vah até ao Centro Histórico da cidade Machen Sie eine Stadtrundfahrt Dê um passeio pela cidade Gehen Sie zum Hafen Vah até ao Porto Machen Sie eine Hafenrundfahrt Dê um passeio pelo Porto Welche sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Que outras atrações turísticas é que há? Fifty Languages Sechsundzwanzig Vinteseis In der Natur Na Natureza Siehst du dort den Turm? Estás a ver ali a torre? Siehst du dort den Berg? Estás a ver ali a montanha? Siehst du dort das Dorf? Estás a ver ali a aldeia? Siehst du dort den Fluss? Estás a ver ali o rio? Siehst du dort die Brücke? Estás a ver ali a ponte? Siehst du dort den See? Estás a ver ali o lago? Der Vogel da gefällt mir Eu gosto daquele pássaro ali Der Baum da gefällt mir Eu gosto daquela árvore ali Der Stein hier gefällt mir Eu gosto desta pedra aqui Der Park da gefällt mir Eu gosto daquele parque ali Der Garten da gefällt mir Eu gosto daquele jardim ali Die Blume hier gefällt mir Eu gosto desta flor aqui Ich finde das hübsch Eu acho isto bonito Ich finde das interessante Ich finde das wunderschön Eu acho isto maravilhoso Ich finde das hässlich Ich finde das langweilig Ich finde das furchtbar Ich finde das furchtbar Eu acho isto horrível Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 27 27 Im Hotel Ankunft No Hotel Chegada Haben Sie ein Zimmer frei? Tenho um quarto livre? Ich habe ein Zimmer reserviert Ich habe ein Zimmer reserviert Ich habe ein Zimmer reserviert Eu reservei um quarto Mein Name ist Müller O meu nome é Müller Ich brauche ein Einzelzimmer Ich brauche ein Doppelzimmer Ich brauche ein Doppelzimmer Ich brauche ein Doppelzimmer Ich brauche ein Doppelzimmer Eu preciso de um quarto duplo Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Quanto é que custa o quarto por noite? Ich möchte ein Zimmer mit Bad Gostaria de um quarto com casa de banho Ich möchte ein Zimmer mit Dusche Gostaria de um quarto com chuveiro Kann ich das Zimmer sehen? Posso ver o quarto? Gibt es hier eine Garage? Há alguma garagem aqui? Gibt es hier einen safe? Há algum cofre aqui? Gibt es hier ein fax? Há algum fax aqui? Gut, ich nehme das Zimmer Está bem, eu fico com o quarto Hier sind die Schlüssel Aqui estão as Chaves Hier ist mein Gepäck Aqui está a minha Bagagem Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? A que horas é o pequeno Almoço? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? A que horas é o Almoço? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen? A que horas é o Jandar? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte Fifty Languages Achtundzwanzig 28 Im Hotel Beschwerden No Hotel Reclamações Die Dusche funktioniert nicht O chuveiro não funciona Es kommt kein warmes Wasser Não há água quente Können Sie das reparieren lassen? Pode mandar arranjar isto? Es gibt kein Telefon im Zimmer Não há Telefon no Quarto Es gibt keinen Fernseher im Zimmer Não há Televisão no Quarto Das Zimmer hat keinen Balcon O quarto não tem varanda Das Zimmer ist zu laut O quarto é muito barulhento Das Zimmer ist zu klein O quarto é muito escuro Die Heizung funktioniert nicht Die Heizung funktioniert nicht O aquecimento não funciona Die Klimaanlage funktioniert nicht O ar-conditionado Der Fernseher ist kaputt A televisão não funciona Das gefällt mir nicht Não gosto disto Das ist mir zu teuer É muito caro Haben Sie etwas billigeres? Tenho alguma coisa mais barata? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Há aqui perto uma pousada da Juventude? Gibt es hier in der Nähe eine pensión? Há aqui perto uma pensão? Gibt es hier in der Nähe ein restaurant? Há aqui perto um restaurante? 50 Languages 29 29 Im restaurant 1 No restaurante 1 Ist der Tisch frei? A mesa está livre? Ich möchte bitte die Speisekarte A emenda, por favor Was können Sie empfehlen? O que é que me recomenda? Ich hätte gern ein Bier Ich hätte gern ein Bier Ich hätte gern ein Mineralwasser Ich hätte gern ein Mineralwasser Ich hätte gern einen Orangen Saft Ich hätte gern einen Kaffee Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch Mit Zucker, bitte. Com açúcar, por favor. Ich möchte einen Tee. Eu queria um chá. Ich möchte einen Tee mit citrone. Eu queria um chá com limão. Ich möchte einen Tee mit milch. Eu queria um chá com leite. Haben Sie cigaretten? Tem cigarros? Haben Sie einen Aschenbecher? Tem um cinzeiro? Haben Sie feuer? Tem lume? Mir fehlt eine Gabel. Falta-me um garfo. Mir fehlt ein Messer. Falta-me uma faca. Mir fehlt ein Löffel. Falta-me uma colher. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.50languages.com 30 30 Im Restaurant 2 No Restaurante 2 Einen Apfelsaft, bitte. Um sumo de maçã, por favor. Eine Limonade, bitte. Uma Limonada, por favor. Einen Tomatensaft, bitte. Um sumo de tomate, por favor. Ich hätte gern ein Glas Rotwein. Eu queria um copo de vinho tinto. Ich hätte gern ein Glas Weißwein. Eu queria um copo de vinho branco. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. Eu queria uma garrafa de espumante. Magst du Fisch? Gostas de peixe? Magst du Rindfleisch? Gostas de carne de vaca? Magst du Schweinefleisch? Gostas de carne de porco? Ich möchte etwas ohne Fleisch. Eu queria alguma coisa sem carne. Ich möchte eine Gemüseplatte. Eu queria só legumes. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Eu queria alguma coisa que não demorasse muito. Möchten Sie das mit Reis? Vai desejar com arroz? Möchten Sie das mit Nudeln? Vai desejar com massa? Möchten Sie das mit Kartoffeln? Vai desejar com batatas? Das schmeckt mir nicht. Não gosto disto. Das Essen ist kalt. A comida está fria. Das habe ich nicht bestellt. Não preis tu. Bete besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages 31 31 Im Restaurant 3 Ich möchte eine Furspeise. Ich möchte eine Entrada. Ich möchte einen Salat. Ich möchte eine Salada. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte eine Nachtisch. Ich möchte eine Sobremesa. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte ein Gelado mit Chantilly. Ich möchte Obst oder Käse. Ich möchte Frutte oder Käse. Wir möchten Frühstücken. Wir möchten zu Mittag essen. Wir möchten zu Abend essen. Wir möchten jantar. Was möchten Sie zum Frühstück? Was möchten Sie zum Frühstück? Was möchten Sie zum Frühstück? Brötchen mit Marmelade und Honig. Pão mit Doßen und Mel. Toast mit Wurst und Käse. Eine torrada, tosta, mit Presunto und Käse. Ein gekochtes Ei. Ein Ovo cozido. Ein Spiegel Ei. Ein Ovo Estrelado. Ein Omelett. Ein Omelett. Bitte noch einen Joghurt. Mais um Joghurt, por favor. Bitte noch Salz und Pfeffer. Mais sal und pimenta, por favor. Bitte noch ein Glas Wasser. Mais um copo mit Wasser, por favor. Fifty Languages. Zweiundraißig. Trinta e dois. Im Restaurant, vier. No Restaurante, quatro. Einmal Pommes frites mit Ketchup. Uma dose de batatas frites com Ketchup. Und zweimal mit Mayonnaise. E duas doses com Mayonnaise. Und dreimal Bratwurst mit Senf. E três salsichas grelhadas com Mostarda. Was für Gemüse haben Sie? O que é que tem de legumes? Haben Sie Bohnen? Tem feijão? Haben Sie Blumenkohl? Têm couveflor? Ich esse gern mais. Eu gosto de milho. Ich esse gern gurken. Eu gosto de pepinos. Ich esse gern tomaten. Eu gosto de tomates. Essen Sie auch gern lauch? Também gosta de alho francês? Essen Sie auch gern sauerkraut? Também gosta de sucrute? Essen Sie auch gern linsen? Também gosta de lentilhas? Isst du auch gern carotten? Também gostas de cenouras? Isst du auch gern brócoli? Também gostas de brócolos? Isst du auch gern páprica? Também gostas de pimentão? Ich mag keine zwiebeln. Eu não gosto de cebolas. Ich mag keine oliven. Eu não gosto de azeitonas. Ich mag keine pilze. Eu não gosto de cogumelos. 50 Languages 33 33 Im Bahnhof Na estação Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Quando é que sai o próximo comboio para Berlim? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Quando é que sai o próximo comboio para Londres? Wann fährt der nächste Zug nach London? Quando é que sai o próximo comboio para Londres? Um wieviel Uhr fährt der Zug nach Warschau? A que horas é que parte o comboio para Varsóvia? Um wieviel Uhr fährt der Zug nach Stockholm? A que horas é que parte o comboio para Estocolmo? Um wieviel Uhr fährt der Zug nach Budapest? A que horas é que parte o comboio para Budapest? Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Eu queria um bilhete para Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern. Eu queria um bilhete para Berna. Wann kommt der Zug in Wien an? Wann kommt der Zug in Moskau an? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? Muss ich umsteigen? Von welchem Gleis fährt der Zug ab? De que linha parte o comboio? Gibt es schlafwagen im Zug? O comboio tem carruagem-cama? Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. Eu só quero um bilhete de ida para Bruxelas. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen. Eu quero um bilhete de volta para Kopenhagen. Was kostet ein Platz im Schlafwagen? Quante custa um lugar na carruagem-cama? 50 Languages 34 34 Im Zug No comboio Ist das der Zug nach Berlin? Äh, ist der Zug nach Berlin? Wann fährt der Zug ab? Wagner Wann kommt der Zug in Berlin an? Wagner Wann kommt der Zug in Berlin an? Verzeihung Darf ich vorbei? Win L Measure Posso passar? Ich glaube Das ist mein Platz. Ich glaube Sie sitzen auf meinem Platz. Eu acho que você está sentado no meu lugar. Wo ist der Schlafwagen? Onde é que está a carruagem-cama? Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges. A carruagem-cama está no fim do comboio. Und wo ist der Speisewagen? Am Anfang. E onde é que é o vagão-restaurante? Na primeira carruagem. Kann ich unten schlafen? Posso dormir embaixo? Kann ich in der Mitte schlafen? Posso dormir no meio? Kann ich oben schlafen? Posso dormir em cima? Wann sind wir an der Grenze? Quando é que chegamos à fronteira? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin? Quanto tempo é que demora a viagem para Berlin? Hat der Zug verspätung? O comboio está atrasado? Haben Sie etwas zu lesen? Tenho alguma coisa para ler? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? Há aqui alguma coisa para comer e beber? Würden Sie mich bitte um sieben Uhr wecken? Pode acordar mais sette horas? Fifty Languages Fünfunddreißig Trinta e cinco Am Flughafen No aeroporto Ich möchte einen Flug nach Atenbuchen Ich möchte einen Flug nach Atenbuchen Ich möchte einen Flug nach Atenas Ist das ein direct Flug? Ist das ein direkt Flug? Ein Flug diretor? Bitte einen Fensterplatz NichtRAucher Um lugar à janela, para não fumadores, por favor. Eu queria confirmar a minha reserva. Eu queria anular a minha reserva. Eu queria mudar a minha reserva. Quando é que sai o próximo avião para Roma? Ainda há dois lugares? Não, só temos um lugar disponível. Quando é que aterramos? Quando é que chegamos? Quando é que há autocarro para o centro da cidade? Esta é a sua mala? Esta é a sua bolsa? Esta é a sua bagagem? Quantas malas posso levar? 20 kg 20 kg O quê? Só 20 kg? O quê? Só 20 kg? 50 Languages Onde é que é a paragem do autocarro? Onde é que é a paragem do autocarro? Qual é o autocarro que vai para o centro? Qual é a linha que eu tenho de apanhar? Musse ich umsteigen? Tenho de mudar? Wo muss ich umsteigen? Onde é que tenho de mudar? Was kostet ein Farschein? Quanto é que custa um bilhete? Wie viele haltestellen sind es bis zum Centrum? São quantas paragens até ao centro? Sie müssen hier aussteigen? Tenho de sair aqui. Sie müssen hinten aussteigen? Tenho de sair por trás. Die nächste U-Bahn kommt in fünf Minuten. O próximo metro vem em cinco minutos. Die nächste Straßenbahn kommt in zehn Minuten. O próximo eléctrico vem em dez minutos. Der nächste Bus kommt in fünfze Minuten. O próximo autocarro vem em quinze minutos. Wann fährt die letzte U-Bahn? Quando é que é o último metro? Wann fährt die letzte Straßenbahn? Quando é que é o último eléctrico? Wann fährt der letzte Bus? Quando é que é o último autocarro? Haben Sie einen Farschein? Tenho um bilhete? Einen Farschein? Nein, ich habe keinen. Um bilhete? Não, não tenho. Dann müssen Sie eine strafe zahlen. Então tenho que pagar uma multa. Fifty Languages Siebenunddreißig Trinta e sete Unterwegs No caminho Er fährt mit dem Motorrad Er fährt mit dem Fahrrad Er geht zu Fuß Er geht zu Fuß Er fährt mit dem Schiff Er fährt mit dem Buhaut Er schwimmt Ist es hier gefährlich? Ist es gefährlich allein zu trampen? Ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen? Ist es gefährlich passear à noite? Wir haben uns verfahren. Enganámonos no caminho. Wir sind auf dem falschen Weg. Estamos no caminho errado. Wir müssen umkehren. Temos de voltar. Wo kann man hier parken? Gibt es hier einen Parkplatz? Há um parque de estacionamento aqui? Wie lange kann man hier parken? Quanto tempo é que se pode estacionar aqui? Fahren Sie ski? Você esquia? Fahren Sie mit dem ski-lift nach oben? Você vai subir com o teleférico? Kann man hier ski-lein? Podem alugar, se es quis, aqui? Fifty Languages Achtunddreißig Trinta e oito Im taxi No taxi Rufen Sie bitte ein taxi Por favor, chame um taxi Was kostet es bis zum Bahnhof? Quanto é que custe até à estação? Was kostet es bis zum Flughafen? Quanto é que custe até ao aeroporto? Bitte geradeaus Em frente, por favor Bitte hier nach rechts Aqui à direita, por favor Bitte dort, an der Ecke, nach links Naquela esquina à esquerda, por favor Ich habe es eilig Eu estou com pressa Ich habe Zeit Eu tenho tempo Fahren Sie bitte langsamer Vá mais devagar, por favor Halten Sie hier, bitte Para aqui, por favor Warten Sie bitte einen moment Espera um momento, por favor Ich bin gleich zurück Eu já volto Bitte geben Sie mir eine Quittung Por favor, dê-me um recibo Ich habe kein kleingeld Eu não tenho dinheiro trocado Es stimmt so Der Rest ist für Sie Está certo assim Fahren Sie mich zu dieser Adresse Leve-me a esta morada Fahren Sie mich zu meinem Hotel Leve-me ao meu Hotel Fahren Sie mich zum Strand Leve-me a praia Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse Für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 9.30 39 Autopanne Avaria do carro Wo ist die nächste Tankstelle Onde é que fica a próxima bomba de Gasolina Ich habe einen Platten Eu estou com um pneu furado Können Sie das Rad wechseln Pode trocar o pneu Ich brauche ein paar liter Diesel Precise de alguns litros de Gasolio Ich habe kein Benzin mehr Eu já não tenho mais Gasolina Haben Sie einen Reservekanista Wo kann ich telefonieren? Onde é que posso telefonar? Ich brauche einen Abschleppdienst Eu preciso de um reboque Ich suche eine Werkstatt Ich suche eine Werkstatt Ich suche eine Werkstatt Ich suche eine Werkstatt Es ist ein Unfall passiert Es ist ein Unfall passiert Houve um acidente Wo ist das nächste Telefon? Onde é que é o próximo Telefon Público? Haben Sie ein Handy bei sich? Tenho um Telemóvel consigo Wir brauchen Hilfe Nós precisamos de ajuda Rufen Sie einen Arzt Chame um médico Rufen Sie die Polizei Chame a polícia Ihre Papiere, bitte Os seus documentos, por favor Ihren Führerschein, bitte A sua carta de condução, por favor Ihren KFZ-Schein, bitte Os documentos do carro, por favor Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte 50 Languages 40 40 Nach dem Weg fragen Perguntar o caminho Entschuldigen Sie Desculpe Können Sie mir helfen? Pode ajudar-me? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Onde é que há aqui um bom restaurante? Gehen Sie links um die Ecke Vire à esquerda na esquina Gehen Sie dann ein Stück gerade aus Depois, siga em frente um bocado Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts Depois, vire à direita Sie können auch den Bus nehmen Sie können auch die Straßenbahn nehmen Sie können auch einfach hinter mir herfahren Wie komme ich zum Fußballstadion? Como é que chega ao estádio? Überqueren Sie die Brücke Atravesse a ponte Fahen Sie durch den Tunnel Atravesse o Tunnel Fahen Sie bis zur dritten Ampel Siga até ao terceiro semáforo Bigen Sie dann die erste Straße rechts ab Vire depois na primeira rua à direita Fahen Sie dann geradeaus Über die nächste Kreuzung Depois, siga em frente no próximo cruzamento Entschuldigung Wie komme ich zum Flughafen? Desculpe, como é que eu faço para chegar ao aeroporto? Am besten Sie nehmen die U-Bahn É melhor você apanhar o metro Fahen Sie einfach bis zur Endstasiung Vá simplesmente até à última paragem Fifty Languages Ein und vierzig Quarenta e um Orientierung Orientierung Orientação Wo ist das Fremden Verkehrsamt? Onde é o posto de turismo? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Pode-se reservar um quarto de hotel aqui? Wo ist die Altstadt? Onde é o centro histórico? Wo ist der Dome? Onde é a Catedral? Wo ist das Museum? Onde é o Museu? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Onde é que se pode comprar selos? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Onde é que se pode comprar flores? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Onde é que se pode comprar bilhetes? Wo ist der Hafen? Onde é o Porto? Wo ist der Markt? Onde é o Mercado? Wo ist das Schloss? Onde é o Palácio, o Castelo? Wann beginnt die Führung? Onde é que começa a visita guiada? Wann endet die Führung? Onde é que acaba a visita guiada? Wie lange dauert die Führung? Quanto tempo demora a visita guiada? Ich möchte einen Führer der Deutsch spricht. Eu queria um guia que fale alemão. Ich möchte einen Führer der Italienisch spricht. Eu queria um guia que fale italiano. Ich möchte einen Führer der Französisch spricht. Eu queria um guia que fale francês. 50 Languages 42 42 Stadbesichtigung Visita na cidade Ist der Markt sonntags geöffnet? O Mercado está aberto aos domingos? Ist die Messe montags geöffnet? A feira está aberta às segundas feiras? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? A Exposição está aberta às terças feiras? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? O Jardin Zoológico está aberto às quartas feiras? Hat das Museum donnerstags geöffnet? O Museu está aberto às quintas feiras? Hat die Galerie Freitags geöffnet? A Galerie está aberta às sextas feiras? Darf man fotografieren? Pode-se tirar fotografias? Muss man Eintritt bezahlen? Tem que-se pagar a entrada? Wie viel kostet der Eintritt? Quanto é que custe a entrada? Gibt es eine ermäßigung für Gruppen? Há um desconto para Grupos? Gibt es eine ermäßigung für Kinder? Há um desconto para Crianças? Gibt es eine ermäßigung für Studenten? Há um desconto para Studenten? Was für ein gebäude ist das? Que edifício é este? Wie alt ist das gebäude? Quantos anos tenho este edifício? Wer hat das gebäude gebaut? Quem é que construiu este edifício? Ich interessiere mich für Architektur. Eu interesse-me por Arquitetura. Ich interessiere mich für Kunst. Eu interesse-me por Arte. Ich interessiere mich für Malerei. Eu interesse-me por Pintura. 50 Languages Dort ist der Zoo. Ali é o Jardim Zoológico. Dort sind die Giraffen. Ali estão as Girafas. Wo sind die Bären? Onde é que estão os Ursos? Wo sind die Elefanten? Onde é que estão os Elefantas? Wo sind die Schlangen? Onde é que estão as Cobras? Wo sind die Löwen? Onde é que estão os Leões? Ich habe einen Fotoapparat. Eu tenho uma máquina fotográfica. Ich habe auch eine Filmkamera. Eu também tenho uma Câmara de Filmar. Wo ist eine Batterie? Onde é que estão as Pilhas? Wo sind die Pinguine? Onde é que estão os Pinguins? Wo sind die Kängurus? Onde é que estão os Cangurus? Wo sind die Nashörner? Onde é que estão os Rhinocerontes? Wo ist eine Toilette? Onde é que há uma Casa de Banho? Dort ist ein Café. Ali há um Café. Dort ist ein Restaurant. Dort ist ein Restaurant. Wo sind die Kamele? Onde é que estão os Camelos? Wo sind die Gorillaz und die Zebras? Onde é que estão os Gorillaz und die Zebras? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Onde é que estão os Tigres und die Krokodilus? 50 Languages 44 44 Abends ausgehen Sair à noite Gibt es hier eine discoteque? Há aqui uma discoteca? Gibt es hier einen Nachtclub? Há aqui um Clube noturno? Gibt es hier eine Kneipe? Há aqui um Bar? Was gibt es heute Abend im Theater? O que há hoje à noite no teatro? Was gibt es heute Abend im Kino? O que há hoje à noite no cinema? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? O que há hoje à noite na televisão? Gibt es noch Karten fürs Theater? Ainda há bilhetes para o teatro? Gibt es noch Karten fürs Kino? Ainda há bilhetes para o cinema? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Ainda há bilhetes para o jogo de futebol? Ich möchte ganz hinten sitzen. Eu queria sentar-me atrás. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen. Eu queria sentar-me num lugar no meio. Ich möchte ganz vorne sitzen. Eu queria sentar-me à frente. Können Sie mir etwas empfehlen? Wann beginnt die Vorstellung? Können Sie mir eine Karte besorgen? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz? Ist hier in der Nähe ein Hallenbad? Há hier perto eine Piscina coberta? 50 Languages Wir wollen ins Kino Nós queremos ir ao Cinema Heute läuft ein guter Film Hoje vai dar um bom Film Der Film ist ganz neu Wo ist die Kasse? Onde ist die Bilheteira? Gibt es noch freie Plätze? Ainda há lugares livres? Was kosten die Eintrittskarten? Wann beginnt die Vorstellung? Wann beginnt die Sessung? Wie lange dauert der Film? Wann beginnt die Film? Kann man Karten reservieren? Kann man Karten reservieren? Ich möchte hinten sitzen Ich möchte in der Mitte sitzen Ich möchte in der Mitte sitzen Ich möchte in der Mitte sitzen Der Film war spannend Der Film war nicht langweilig 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 Aber das Buch zum Film war besser Mas o livro do filme foi melhor Wie war die Musik? Wie waren die Schauspieler? Wie waren die Schauspieler? Gab es untertitel in Englischer Sprache? Havia legendas in Englisch? Fifty Languages Sechsundförzig Quarenta e seis In der Discotec Na Discoteca Ist dieser Platz hier frei? Este lugar está livre? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Posso sentar-me aqui? Gerne Com muito prazer Wie finden Sie die Musik? O que é que acha da música? Ein bisschen zu laut Um pouco alta demais Aber die Band spielt ganz gut Mas a banda toca bem Sind Sie öfter hier? Costume vir aqui Muitas vezes? Nein Das ist das erste Mal Não É a primeira vez Ich war noch nie hier Nunca estive aqui Tanzen Sie? Quer dançar? Später vielleicht Se calhar mais tarde Ich kann nicht so gut Tanzen Eu não danse Muito bem Das ist ganz einfach Eu Ich zeige es Ihnen Eu Mostro-lhe Nein Lieber ein anderes Mal Não, obrigado. Fica para outra vez. Warten Sie auf jemand? Está à espera de alguém? Ja, auf meinen Freund. Sim, estou à espera do meu namorado. Da hinten kommt er ja. Ali vem ele. Fifty Languages Siebenundvirtzig Quarenta e sete Reiseforbereitungen Preparações de viagem Du musst unseren koffer packen Tu tens que fazer a nossa mala Du darfst nichts vergessen Tu não te podes esquecer de nada Du brauchst einen großen koffer Tu precisas de uma mala grande Vergiss nicht den Reisepass Não te esqueças do passaporte Vergiss nicht das Flugticket Não te esqueças do bilhete avião Vergiss nicht die Reisechecks Não te esqueças dos cheques de viagem Nimm Sonnencreme mit Leva o creme solar Nimm die Sonnenbrille mit Leva os óculos de sol Nimm den Sonnenhut mit Leva o chapéu de sol Willst du eine Straßenkarte mitnehmen Queres levar um mapa Willst du einen Reiseführer mitnehmen Queres levar um guia Willst du einen Regenschirm mitnehmen Queres levar um chapéu de chuva Denk an die Hosen Die Hemden Die Socken Não te esqueças das calças Das camisas E das meias Denk an die Kravaten Die Gürtel Die Sackos Não te esqueças das gravatas Dos cintos E dos casacos Denk an die Schlafanzüge Die Nachthemden Und die T-Shirts Não te esqueças dos pijamas Das camisas de dormir E das T-Shirts Du brauchst Schuhe Sandalen Du brauchst Taschentücher Seife Und eine Nagelschere Du brauchst De lenços Sabão E uma tesoura Das unhas Du brauchst Einen cam Eine zahnbürste Und zahnpasta Du brauchst De um pente De uma escova De dentes E pasta De dentes Fifty Languages Achtundvierzig Orenteioito Urlaubsaktivitäten Atividades de férias Ist der Strand sauber? A praia está limpa? Kann man dort baden? Pode-se tomar banho ali? Ist es nicht gefährlich dort zu baden? Não é perigoso tomar banho ali? Kann man hier einen Sonnen-Schirm leihen? Kann man hier einen Liegestuh leihen? Kann man hier ein Boot leihen? Kann man hier ein Boot leihen? Ich würde gern surfen Ich würde gern tauchen Ich würde gern Wasser-Schi fahren 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 Kann man ein Wasser-Schi fahren Kann man ein Wasser-Schi fahren? Kann man eine Taucher-Schi 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 fahren? Ich bin erst Anfänger. Ich bin Mittelgut. Ich kenne mich damit schon aus. Wo ist der Schilift? Hast du den Schiher dabei? Trouxest du Skis? Hast du den Schi-Schuhe dabei? Trouxest du Schi-Schuhe dabei? 50 Languages 49 49 Sport Desporto Treibst du Sport? Fazes desporto? Ja, ich muss mich bewegen. Ich gehe in einen Sportverein. Ich bin in einem Sportverein. Wir spielen Fußball. Wir spielen Fußball. Manchmal schwimmen wir. Às vezes, vamos nadar. Oder wir fahren Rad. Oder wir fahren Rad. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. Na unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. Es gibt auch ein Schwimbad mit Sauna. Também há uma piscina mit Sauna. Und es gibt einen Golfplatz. E há um campo de Golf. Was gibt es im Fernsehen? O que é que está a dar na televisão? Gerade gibt es ein Fußballspiel. Neste momento, está a dar um jogo de futebol. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die Englische. A equipa alemã está a jogar contra a equipa inglesa. Wer gewinnt? Quem é que está a ganhar? Ich habe keine Ahnung. Não faço ideia. Im Moment steht es unentschieden. Neste momento, estão empatados. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. O árbitro é da Bélgica. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Agora há um penalti. Tor. 1 zu 0. Goal. 1 a 0. 50 Languages 50 50 Im Schwimmbad Na piscina Heute ist es heiß. Hoje está calor. Gehen wir ins Schwimmbad? Vamos à piscina? Hast du Lust, schwimmen zu gehen? Estás com vontade de ir à piscina? Hast du ein Handtuch? Tens uma toalha? Hast du eine Badehose? Tens calções de banho? Hast du einen Badeanzug? Tens um fato de banho? Kannst du schwimmen? Consegst nadar? Kannst du tauchen? Consegst mergulhar? Kannst du ins Wasser springen? Kannst du auf die Wasser? Kannst du auf die Wasser? Wo ist die Dusche? Wo ist die Dusche? Wo ist die Umkleide-Cabine? Wo ist die Umkleide-Cabine? Wo ist die Balneari? Wo ist die Schwimbrille? Wo ist die Schwimbrille? Dez'innen-Cabine? Ist das Wasser tief? A água é funda? Ist das Wasser sauber? A água está limpa? Ist das Wasser warm? A água está quente? Ich friere. Ich friere. Ich friere. Das Wasser ist zu kalt. A água está fria demais. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.50languages.com 51 51 Besorgungen machen Fazer compras Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Buchhandlung. Ich will zum Kiosk. Ich will ein Buch leihen. Ich will ein Buch kaufen. Ich will ein Buch kaufen. Ich will eine Zeitung kaufen. Ich will in die Bibliothek um ein Buch zu leihen. Ich will in die Buchhandlung um ein Buch zu kaufen. Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Bibliothek. Ich will zum Supermarkt Ich will zum Becker Ich will eine Brille kaufen Ich will Obst und Gemüse kaufen Ich will Brötchen und Brot kaufen Ich will zum Optiker um eine Brille zu kaufen Ich will zum Supermarkt um Obst und Gemüse zu kaufen Ich will zum Becker um Brötchen und Brot zu kaufen Ich will eine Brille kaufen Für Bücher und Texte Fifty Languages Zweiundfünfzig Cinquenta e Dois Im Kaufhaus Im Kaufhaus Ich muss Einkäufe machen Ich will viel Einkaufen Ich will viel Einkaufen Ich will viel Einkaufen Ich will viel Einkaufen Wo sind die Büroartikel Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche Kulis und Filzstifte. Wo sind die Möbel? Ich brauche einen Schrank und eine Komode. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. Wo sind die Spielsachen? Ich brauche eine Puppe und einen Teddy Bear. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Wo ist das Werkzeug? Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Börer und einen Schraubenzier. Ich brauche einen Börer und einen Schraubenzier. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ich brauche einen Annel und einen Schraubenzier. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 53 53 Geschäfte Lojas Wir suchen einen Sport Wir suchen ein Sport Wir suchen eine Flasherai Wir suchen eine Flasherai Wir suchen eine Apotheke Wir möchten nämlich einen Fussball kaufen. Wir möchten nämlich Salami kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft um einen Fussball zu kaufen. Wir suchen eine Fleischerei um Salami zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke um Medikamente zu kaufen. Ich suche einen Juweliere. Ich suche ein Fotogeschäft. Ich suche eine Konditorai. Ich habe nämlich vor einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor eine Torte zu kaufen. Ich suche einen Juweliere um einen Ring zu kaufen. Ich suche einen Fotogeschäft. Ich suche einen Fotogeschäft. Ich suche einen Fotogeschäft. www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages 54 54 Einkaufen Einkaufen Comprar Ich möchte ein Geschenk kaufen. Ich will ein Geschenk kaufen. Aber nichts als zu teueres. Mas nada de muito caro. Vielleicht eine Handtasche. Vielleicht eine Handtasche. Talvez eine Mala. Welche Farbe möchten Sie? Qual ist die Farbe? Was wünscht Sie? Schwarz, braun oder weiß? Eine große oder eine kleine? Grande oder pequena? Darf ich diese mal sehen? Posso ver esta? Ist die aus Leder? Esta ist die Kapital? Oder ist die aus Kunststoff? Oder ist das Material Sintetik? Aus Leder, natürlich. Ist natürlich. Das ist eine besonders gute Qualität. Isto ist wirklich gut. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. Die gefällt mir. Gosto d'esta. Die nehme ich. Levo esta. Kann ich die eventuell umtauschen? Posso trocá-la, eventualmente? Selbstverständlich. Com certeza. Wir packen sie als Geschenk ein. Vamos embrulhá-la como presente. Dort drüben ist die Kasse. A caixa é ali do outro lado. Copyright. Goethe Verlag. 50 Languages. Kostenlose Audiocurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.fiftylanguages.com 55 55 Arbeiten Trabalhar. Was machen Sie beruflich? Em que é que você trabalha? Mein Mann ist Arzt von Beruf. O meu marido é médico. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Eu trabalho em part-time como enfermeira. Bald bekommen verrente. Aber die Steuern sind hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Was willst du einmal werden? Ich möchte Ingenieur werden. Ich will an der Universität studieren. Ich bin praktikant. Ich verdiene nicht viel. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Das ist mein Chef. Ich habe nette Kollegen. Ich habe colegas simpáticos. Mittags gehen wir immer in die Kantine. À hora do almoço, vamos sempre à Kantine. Ich suche eine Stelle. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. In diesem Land gibt es zu viele arbeitslose. In diesem Land gibt es zu viele arbeitslose. Fifty Languages Wir haben Lust. Wir haben keine Lust. Wir haben keine Lust. Angst haben. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Zeit haben. Er hat Zeit. Er hat Zeit. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Langeweile haben. Sie hat langeweile. Sie hat langeweile. Sie haben Angst. Sie haben keinen Angst. Sie haben keine Angst. Sie haben Angst. Sie haben keinen Angst. 57 Beim Arzt No Médico Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe den Termin um 10 Uhr. Ich habe den Termin um 10 Uhr. Wie ist Ihr Name? Qual ist Ihr Name? Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Aguarde na sala de espera, por favor. Der Arzt kommt gleich. O Médico já vem. Wo sind Sie versichert? Qual ist Ihr Seguro Médico? Was kann ich für Sie tun? Em que lhe posso ser útil? Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Wo tut es weh? Onde é que dói? Ich habe immer Rücken Schmerzen. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe manchmal Bauchschmerzen. Às vezes tenho dores de barriga. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Tire a parte de cima da sua roupa. Legen Sie sich bitte auf die Liga. Deite-se na Marquesa, se faz favor. Der Blutruck ist in Ordnung. A tensão arterial está boa. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen Tabletten. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. Ich gebe Ihnen eine Rezept für die Apotheke. 50 Languages 58 Körperteile Partes do corpo Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. Zuerst den Kopf. Primeiro a Cabeza. Der Mann trägt einen Hut. O Mann hat einen Schwer. Die Haare sieht man nicht. Não se vê o cabelo. Die Ohren sieht man auch nicht. Também não se vêem as orelhas. Den Rücken sieht man auch nicht. As costas também não se vêem. Ich zeichne die Augen und den Mund. Ich zeichne die Augen und den Mund. Der Mann tanzt und lacht. Der Mann hat eine lange Nase. Der Mann hat einen Nariz comprido. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Es ist Winter und es ist kalt. Er ist inverno und ist früe. Die Arme sind kräftig. Die Beine sind auch kräftig. Die Beine sind auch fortes. Der Mann ist aus Schnee. Der Mann ist aus Schnee. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Aber der Mann friert nicht. Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann. 50 Languages 59 59 Im Postamt Nos Correios Onde é o Correio mais próximo? É longe, o Correio mais próximo? Onde é a caixa de Correios mais próxima? Eu preciso de alguns selos. Para um Postal e uma Carta. Quanto é que custa o Porto para os Estados Unidos? Quanto é que pesa a encomenda? Posso enviá-la por Correio aéreo? Quanto tempo é que demora a chegar? Onde é que posso telefonar? Onde é a cabine telefónica mais próxima? Têm cartões de telefone? Têm uma lista telefónica? Sabe qual é o indicativo para a Áustria? Um momento que eu vou verificar. A linha está sempre ocupada. Qual o número que marcou? Primeiro tem que marcar o zero. Fifty Languages Sextig Sessenta In the bank No banco Ich möchte ein conto eröffnen Eu queria abrir uma conta Hier ist mein pass Aqui está o meu passaporte Und hier ist meine adresse E aqui está a minha morada Ich möchte Geld auf mein conto einzahlen Ich möchte Geld von meinem conto abheben Ich möchte die conto auszüge abholen Ich möchte einen Reisecheck einlösen Eu queria descontar um cheque de viagem Wie hoch sind die Gebirnen? Qual é a taxa? Wo muss ich unterschreiben? Onde é que eu tenho que assinar? Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland Ich möchte eine transferência bancária da Alemanha Hier ist meine Kontonummer Aqui está o número da minha conta Ist das Geld angekommen? O dinheiro chegou? Ich möchte dieses Geld wechseln Gostaria de trocar este dinheiro Ich brauche US-Dollar Eu preciso de Dólares Americanos Bitte geben Sie mir kleine Scheine Por favor, dê-me notas pequenas Gibt es hier einen Geldautomat? Há aqui um multibanco? Wie viel Geld kann man abheben? Quanto dinheiro é que se pode levantar? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Quais são os cartões de crédito que se podem usar? Fifty Languages Einundsechzig Sessenta-i-un Ordinalzahlen Números Ordinais Der erste Monat ist der Januar O primeiro mese é Janeiro Der zweite Monat ist der Februar O segundo mese é Fevereiro Der dritte Monat ist der März O terceiro mese é Março Der vierte Monat ist der April O quarto mese é Abril Der fünfte Monat ist der Mai O quinto mese é Maio Der sechste Monat ist der Juni O sexto mese é Junho Sechs Monate sind ein halbes Jahr Seis meses são Meio Ano Januar, Februar, März Janeiro, Fevereiro, Março Abril, Mai und Juni Abril, Maio, Junho Der siebte Monat ist der Juli O sétimo mese é Julho Der achte Monat ist der August O oitavo mese é Agosto Der nounte Monat ist der September O nono mese é Setembro Der zeinte Monat ist der Oktober O décimo mese é Outubro Der elfte Monat ist der November O décimo primeiro mese é Novembro Der zwölfte Monat ist der Dezember O décimo segundo mese é Dezembro Der zwölf Monate sind ein Jahr Doze meses são um ano Juli, August, September Julho, Agosto, Setembro October, November und Dezembro Und Dezembro October, Novembro, Dezembro Fifty Languages Zweiundsechzig Sessenta e dois Fragen stellen Eins Fazer perguntas Um Lernen Aprender Estudar Lernen die Schüler viel? Os alunos estudam muito? Nein Sie lernen wenig Não Estudam pouco Fragen Perguntar Fragen Sie oft den Lehrer? Faz muitas perguntas ao professor? Nein Ich frage ihn nicht oft Não Não faço muitas perguntas Antworten Responder Antworten Sie bitte? Responda, por favor Ich antworte Eu respondo Arbeiten Trabalhar Arbeitet er gerade? Ele está a trabalhar? Ja, er arbeitet gerade Sim, ele está a trabalhar Vier Comen Sie? Você vem? Ja Wir kommen gleich Sim, já vamos Wohnen Morar Wohnen Sie in Berlin? Você mora em Berlin? Ja Ich wohne in Berlin Sim, eu moro em Berlin Fifty Languages Drei Drei und sechzig Sessenta e três Fragen stellen zwei Fazer perguntas Dois Ich habe ein Hobby Ich spiele Tennis Ich spiele Tennis Eu jogo futebol Wo ist ein Fußballplatz? Onde é que há um campo de futebol? Mein Arm tut weh Däu-me o braço Mein Fuß und meine Hand tun auch weh Também me doem o pé e a mão Wo ist ein Doktor? Onde é que há um médico? Ich habe ein Auto Ich habe auch ein Motorrad Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans Wo ist die Waschmaschine? Onde é que está a máquina de lavar? Ich habe einen Teller Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel Wo sind Salz und Pfeffer? Onde é que estão o sal e a pimenta? Fifty Languages Fierunsechzig Sessenta e Quatro Verneinung Eins Negação Um Ich verstehe das Wort nicht Ich verstehe den Satz nicht Ich verstehe die Bedeutung nicht Der Lehrer O Professor Verstehen Sie den Lehrer? Você entende o Professor? Ja Ich verstehe ihn gut Sim Eu entendo-o bem Die Lehrerin A Professora Verstehen Sie die Lehrerin? Você entende a Professora? Ja Ich verstehe sie gut Sim Ich verstehe sie gut Die Leute As Pessoas Verstehen Sie die Leute? Você entende as Pessoas? Nein Ich verstehe sie nicht so gut Não Eu não as entendo muito bem Die Freundin A Amiga Haben Sie eine Freundin? Você tem namorada? Ja Ich habe eine Sim, tenho Die Tochter A Filha Haben Sie eine Tochter? Você tem Uma Filha? Nein Ich habe keine Não Eu não tenho 50 Languages 65 65 Verneinung 2 Negação 2 Ist der Ring teuer? O anel é caro? Nein Er kostet nur 100 Euro Não Ele só custa 100 Euro Aber ich habe nur 50 Mas eu só tenho 50 Bist du schon fertig? Ja Acabaste? Nein Noch nicht Nein Ainda Não Aber gleich bin ich fertig Mas ja Estou Quase Möchtest du noch Suppe? Queres Mais Sopa? Nein Ich will Keine Mehr Não Eu Não Quero Mais Aber noch ein Ice Mas Quero Um Gelado Wohntest du schon lange hier? Mora Aqui Há Muito Tempo? Nein Erst Einen Monat Não Só Há Um Mês Aber ich Kenne schon viele Leute Mas Já Conheço Muitas Pessoas Fährst du morgen nach Hause? Vais Amanhã Para Casa? Nein Erst Am Wochenende Não Só No Fim De Semana Aber ich komme schon Am Sonntag Zurück Mas Volto Já No Domingo Ist Deine Tochter Schon Erwachsen? A Tua Filha Já É Adulta? Nein Sie Ist Erst Siebzehn Não Ela Só Têm Dezessete Anos Aber Sie Hat Schon Einen Freund Mas Já Tenho Um Namorado 50 Languages 66 66 Possessiv pronomen 1 Determinantes Determinantes Possessivos 1 Ich Mein Eu Meu Minha Ich finde meinen Schlüssel nicht Eu Não Encontro A Minha Chave Ich finde Meine Fahrkarte Nicht Eu Não Encontro O Meu Bilhete Tu Dein Tu Teu Tua Hast Du Deinen Schlüssel Gefunden? Encontraste A Tua Chave? Hast Du Deine Fahrkarte Gefunden? Encontraste O Teu Bilhete? Er Sein Ele Dele Weißt Du Wo Sein Schlüssel Ist? Sabes Onde Está A Chave Dele? Weißt Du Wo Seine Fahrkarte Ist? Sabes Onde Está O Bilhete Dele? Sie Ihr Ela Dela Ihr Geld Ist Weg O Dinheiro Dela Desapareceu Und Ihre Credit Carte Ist Auch Weg E O Cartão De Crédito Dela Também Desapareceu Wir Unser Nos Nosso Nossa Unser Opa Ist Cranc O Nosso Avô Está Doente Unsre Oma Ist Gesunde A Nossa Avó Está Bem De Saúde Ihr Eu Vos Vosso Vossa Kinder Wo Ist Eu Fati Meninos Onde É Que Está O Vos Pai Kinder Wo Ist Eu Remuti Meninos Onde Está A Vossa Mãe Fifty Languages Sessenta Sessenta Possessiv Pronomen Zwei Determinantes Possessivos Dois Die Brille Os Óculos Er hat seine Brille vergessen Ele Esqueceu se dos seus Óculos Wo hat er denn seine Brille Onde é que ele deixou os seus Óculos Die Uhr O Relógio Seine Uhr ist kaput O seu Relógio está variado Die Uhr hängt an der Wand O Relógio está pendurado na parede Der Pass Er hat seinen Pass verloren Ele perdeu o seu Passaporte Wo hat er denn seinen Pass Onde é que ele deixou o seu Passaporte Sie Ihr Eles Elas Seus Suas Die Kinder können ihre Eltern nicht finden As crianças não conseguem encontrar os seus pais Aber da kommen ja ihre Eltern Mas ali vêm os seus pais Sie Ihr Wie war ihre Reise Herr Müller? Como foi a sua viagem Sr. Müller? Wo ist ihre Frau Herr Müller? Onde está a sua mulher Sr. Müller? Sie Ihr Você Seu Sua Wie war ihre Reise Frau Schmidt? Como foi a sua viagem Sra. Schmidt? Wo ist ihr Mann Frau Schmidt? Onde está o seu marido Sra. Schmidt? Fifty Languages Achtunsechzig Sessenta e oito Groß Klein Grande Pequeno Groß und Klein Grande e Pequeno Der Elefant ist Groß O Elefant é Grande Die Maus ist Klein O Rato é Pequeno Dunkel und Hell Escuro e Claro Die Nacht ist Dunkel A Noite é Escura Der Tag ist Hell O dia é claro Alt und Jung Velho Unser Groß Vater ist sehr Alt O Nosso avô é muito velho Vor siebzig Jahren war noch Jung Há 70 anos ele ainda era jovem Schön und hässlich Bonito e feio Der Schmetterling ist schön A Borboleta é bonita Die Spinne ist hässlich A Aranha é feia Dick und dünn Gordo e magro Eine Frau mit 100 Kilo ist dick Uma mulher com 100 Kilos é gorda Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn Um homem com 50 Kilos é magro Teuer und billig Caro e barato Das Auto ist teuer O carro é caro Die Zeitung ist billig O Jornal é barato 50 languages Noin und sechzig 69 Brauchen wollen Precisar Querer Ich brauche ein bett Eu preciso de uma cama Ich schlafen Eu quero dormir Gibt es hier ein bett Há aqui uma cama Ich brauche eine lampe Eu preciso de um candee Euro Ich will lesen Eu quero ler Gibt es hier eine lampe Ich brauche ein telefon Eu preciso de um telefon Ich will telefonieren Eu quero telefonar Gibt es hier ein telefon Há aqui um telefone Ich brauche eine camera Eu preciso de uma máquina fotográfica Ich will fotografieren Eu quero tirar fotos Gibt es hier eine camera Há aqui uma máquina fotográfica Ich brauche einen computer Eu preciso de um computador Ich will eine e-mail schicken Eu quero enviar um e-mail Gibt es hier einen computer Ich brauche einen coolie Ich brauche de uma caneta Ich will etwas schreiben Ich quero escrever uma coisa Gibt es hier ein blatt papier und einen coolie Há aqui papel e caneta 50 languages 70 70 etwas mögen gostar de uma coisa möchten sie rauchen quer fumar möchten sie tanzen quer dançar möchten sie spazieren gehen quer passear ich möchte rauchen eu queria fumar möchtest du eine cigarette quer quer zum cigar er möchte feuer er möchte lume ich möchte etwas trinken ich möchte beber alguma coisa ich möchte etwas essen eu queria comer alguma coisa ich möchte mich etwas ausruhen eu queria descansar um pouco ich möchte sie etwas fragen eu queria perguntar tu uma coisa ich möchte sie um etwas bitten eu queria pedir lhe um favor ich möchte sie zu etwas einladen eu queria convidá-lo para alguma coisa was möchten sie bitte o que é que deseja por favor möchten sie einen café deseja um café oder möchten sie lieber einen tea ou prefer antes um chá wir möchten nach hause fahren queríamos ir para casa möchtet ihr ein taxi querem um taxi sie möchten telefonieren eles querem telefonar fifty languages 71 71 etwas wollen querer alguma coisa was wollt ihr o que é que vocês querem fazer wollt ihr fussball spielen wollt ihr freunde besuchen vocês querem visitar os amigos wollen querer desejar ich will nicht spät kommen eu não quero chegar tarde ich will nicht hingehen eu não quero ir ich will nach hause gehen eu quero ir para casa ich will zuhause bleiben eu quero ficar em casa ich will allein sein eu quero estar sozinho willst tu hier bleiben queres ficar aqui willst tu hier essen queres comer aqui willst tu hier schlafen queres dormir aqui wollen sie morgen abfahren quer ir embora amanhã wollen sie bis morgen bleiben quer ficar até amanhã wollen sie die rechnung erst morgen bezahlen quer pagar a conta só amanhã volte in die disco vocês querem ir à discoteca volte ins kino vocês querem ir ao cinema volte ins café vocês querem ir ao café fifty languages 72 72 Etwas müssen. Ter de fazer alguma coisa. Müssen. Ter de... Ter que... Ich muss den Brief verschicken. Tenho de enviar a carta. Ich muss das Hotel bezahlen. Tenho de pagar o hotel. Du musst früh aufstehen. Tens de levantarte cedo. Du musst viel arbeiten. Tens de trabalhar muito. Du musst pünktlich sein. Tens de ser pontual. Er muss tanken. Ele tem de pôr gasolina. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto reparieren. Ele tem de reparar o carro. Er muss das Auto waschen. Ele tem de lavar o carro. Sie muss einkaufen. Ele tem de fazer compras. Sie muss die Wohnung putzen. Ele tem de limpar o apartamento. Sie muss die Wäsche waschen. Er muss die Wäsche waschen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. Vocês têm de esperar pelo Taxi. Fifty Languages Drei und siebzig Setenta e três Etwas dürfen Poder alguma coisa Darfst du schon autofahren? Já podes conduzir? Darfst du schon alkohol trinken? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Já podes viajar sozinho para o estrangeiro? Dürfen Poder Ter Autorização Dürfen wir hier rauchen? Podemos fumar aqui? Darf man hier rauchen? Darf man mit kreditkarte bezahlen? Pode-se pagar com cartão de crédito? Darf man mit cheque bezahlen? Pode-se pagar com cheque? Darf man nur bar bezahlen? Só se pode pagar em dinheiro? Darf ich mal eben telefonieren? Posso telefonar? Darf ich mal eben etwas fragen? Posso fazer uma pergunta? Darf ich mal eben etwas sagen? Posso dizer eine Frage? Er darf nicht im Park schlafen? Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Dürfen wir Platz nehmen? Podemos sentar-nos? Dürfen wir die Speisekarte haben? Podemos ver a Ementa? Dürfen wir getrennt Zahlen? Podemos pagar separado? 50 Languages 74 74 Um etwas bitten Pedir alguma coisa Können Sie mir die Haare schneiden? Pode cortar-me o cabelo? Nicht zu kurz, bitte Nicht zu kurz, bitte Nicht zu kurz, bitte Não muito curto, por favor Etwas curtser, bitte Um bocado mais curto, por favor Können Sie die Bilder entwickeln? Pode revelar as fotografias? Die Fotos sind auf der CD As fotografias estão no CD Die Fotos sind in der Kamera As fotografias estão na Máquina Fotografica Können Sie die Uhr reparieren? Pode arranjar o relógio? Das Glas ist kaputt O vidro está partido Die Batterie ist leer Não tem pilha Können Sie das Hemd bügeln? Pode passar a camisa a ferro? Können Sie die Hose reinigen? Pode lavar as calças? Können Sie die Schuhe reparieren? Pode arranjar os sapatos? Können Sie mir Feuer geben? Pode dar-me lume? Haben Sie Streichholzer oder ein Feuerzeug? Tem fósforo ou ein ischgeiro? Haben Sie einen Aschenbecher? Tem um cinzeiro? Rauchen Sie Zigarren? Fuma charutos? Rauchen Sie Zigaretten? Fuma cigarros? Rauchen Sie Pfeife? Fuma kashimbo? Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 75 75 Etwas begründen 1 Justificar alguma coisa 1 Warum kommen Sie nicht? Por que é que você não vem? Das Wetter ist so schlecht O tempo está tão mau Ich komme nicht weil das Wetter so schlecht ist Ich komme nicht Eu não vou porque o tempo está tão mau Warum kommt er nicht? Por que é que ele não vem? Er ist nicht eingeladen Er kommt nicht weil er nicht eingeladen ist Er kommt nicht Er kommt nicht Er kommt nicht porque er nicht eingeladen ist Er kommt nicht Warum kommst du nicht? Por que é que não vens? Ich habe keine Zeit Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Warum bleibst du nicht? Ich muss noch arbeiten. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Ich gehe, weil ich müde bin. Warum fahren Sie schon? Es ist schon spät. Ja é tarde. Ich fahre, weil es schon spät ist. Eu vou embora, porque ja é tarde. Fifty Languages Sechs und siebzig Setenta e seis Etwas begründen, zwei Justificar alguma coisa Dois Warum bist du nicht gekommen? Porquê que não vieste? Ich war krank. Eu estava doente. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Eu não vim, porque estava doente. Warum ist sie nicht gekommen? Er hatte keine Lust. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Sie haben den Zug verpasst. Eles perderam o comboio. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Eles não vieram, porque perderam o comboio. Warum bist du nicht gekommen? Porquê que não vieste? Ich durfte nicht. Não pude. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. Eu não vim, porque não pude. Fifty Languages Siebenundsiepzig Setenta e sete Etwas begründen Drei Justificar alguma coisa Três Warum essen Sie die Torte nicht? Ich muss noch fahren. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Warum trinkst du den Kaffee nicht? Porquê que não bebes o Kaffee? Er ist kalt. Ele está frio. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Warum trinkst du den Kaffee nicht? Porquê que não bebes o Kaffee? Ich habe keinen Zucker. Ich habe keinen Zucker. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Warum essen Sie die Zuppe nicht? Porquê que não come sopa? Ich habe sie nicht bestellt. Ich esse nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Ich esse nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Warum essen Sie das Fleisch nicht? Porquê que não come a carne? Ich bin vegetarier. Ich bin vegetarier. Ich esse nicht, weil ich vegetarier bin. Ich esse nicht, weil ich vegetarier bin. 50 Languages Eine alte Frau Eine dicke Frau Eine neugierige Frau Eine neue Frau Eine schnellere Frau Eine schnellere Frau Eine bequemere Frau Eine bequemere Frau Eine blaue Kleid Eine blaue Kleid Um vestido azul Ein rotes Kleid Ein vestido encarnado Ein grünes Kleid Um vestido verde Eine schwarze Tasche Eine braune Tasche Eine mala castanhe Eine weiße Tasche Eine mala branca Nette Leute Pessoas simpáticas Höfliche Leute Pessoas bem educadas Interessante Leute Pessoas interessantes Liebe Kinder Crianças amáveis Freche Kinder Crianças mal comportadas Brave Kinder Crianças bem comportadas 50 Languages 79 Adjective 2 Adjectivos 2 Ich habe ein blaues Kleid an Ich habe ein blaues Kleid an Ich habe ein Ich habe ein Grundes Kleid an Ich ist ein klar Verde Ich kaufe eine schwarze Tasche Ich kaufe eine braune Tasche. Ich kaufe eine weiße Tasche. Ich brauche einen neuen Wagen. Ich brauche einen schnellen Wagen. Ich brauche einen bequemen Wagen. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Unsere gueste waren nette Leute. Unsere gueste waren nette Leute. Unsere gueste waren höfliche Leute. Unsere gueste waren interessante Leute. Ich habe liebe Kinder. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Aber die Nachbarnen haben die Kinder schlecht. Sind ihre Kinder brav? As suas crianças são bem comportadas? 50 Languages. 50 Languages. 80 80 Adjektive 3 Adjektivos 3 Sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund. Ela tem um cão. Der Hund ist groß. Das Haus ist klein. Er wohnt in einem Hotel. Er wohnt in einem Hotel. Das Hotel ist billig. Das Hotel ist billig. O Hotel ist barato. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er hat ein Auto. Er hat ein Auto. Das Auto ist teuer. Das Auto ist teuer. O carro ist teuer. O carro ist caro. Er hat ein teures Auto. Er hat ein teures Auto. Er liest einen Roman. Er liest einen Roman. Der Roman ist langweilig. O romance ist aborrecido. Er liest einen langweiligen Roman. Er liest einen langweiligen Roman. Er liest einen Roman. Sie sieht einen Film. Ela vê einen Film. Der Film ist spannend. O Film ist interessant. Sie sieht einen spannenden Film. Er liest einen langweiligen Roman. Er liest einen langweiligen Roman. 50 Languages Er schrieb einen Brief. Und sie schrieb eine Karte. Und sie schrieb eine Karte. Lesen. Ler. Er las eine Illustrierte. Er leu eine Reviste. Und sie las ein Buch. Und sie leu ein Buch. Nehmen. Pegar. Tirar. Er nahm eine Zigarette. Er nahm eine Zigarette. Er nahm ein Stück Schokolade. Er nahm ein Stück Schokolade. Er war untreu, aber sie war treu. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Glück, sondern Pech. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht, sondern mich, sondern unsympathisch. Er war nicht zuvor. Er war nicht zuvor. Passado 2 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 Ich musste ein Taxi nehmen. Eu tive que apanhar um Taxi. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Eu tive que comprar um mapa. Ich musste das Radio ausschalten. Eu tive que desligar o Radio. Fifty Languages Drei und achtzig Oitenta e três Vergangenheit, drei Passado, três Telefonieren Telefonar Ich habe telefoniert Eu telefonei Ich habe die ganze Zeit telefoniert Eu estive o tempo todo a telefonar. Fragen Perguntar Ich habe gefragt Eu perguntei Ich habe immer gefragt Eu perguntei sempre Erzählen Contar Ich habe erzählt Ich habe die ganze Geschichte erzählt Ich habe den ganzen Abend gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Ich habe die ganze Zeit Arbeiten Trabalhar Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Esen Ich habe gegessen Ich habe das ganze Essen gegessen Ich habe das ganze Essen gegessen Ich habe das ganze Essen gegessen 50 Languages 84 Vergangenheit 4 Lesen Ich habe gelesen Ich habe den ganzen Roman gelesen Verstehen Entender Ich habe verstanden Ich habe den ganzen Text verstanden Ich habe das gewusst Ich habe das Ich habe das geschrieben Ich habe das gewusst 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 Fragen Vergangenheit 1 Perguntas Passado 1 Wie viel haben Sie getrunken? Quanto é que você bebeu? Wie viel haben Sie gearbeitet? Quanto tempo é que você trabalhou? Wie viel haben Sie geschrieben? Você escreveu muito? Wie haben Sie geschlafen? Como é que dormiu? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Como é que passou no exame? Wie haben Sie den Weg gefunden? Como é que encontrou o caminho? Mit wem haben Sie gesprochen? Com quem é que você falou? Mit wem haben Sie sich verabredet? Com quem é que você teve um encontro? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Com quem é que você festejou o aniversário? Wo sind Sie gewesen? Onde é que você estava? Wo haben Sie gewohnt? Onde é que você viveu? Wo haben Sie gearbeitet? Onde é que você trabalhou? Was haben Sie empfohlen? O que é que você recomendou? Was haben Sie gegessen? O que é que você comeu? Was haben Sie erfahren? O que é que você vivenciou? Wie schnell sind Sie gefahren? A que velocidade é que você foi? Wie lange sind Sie geflogen? Quanto tempo é que durou o voo? Wie hoch sind Sie gesprungen? De que altura é que saltou? Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 86 86 Fragen Vergangenheit 2 Perguntas Passado 2 Welche gravate hast du getragen? Que gravate é que usaste? Welches auto hast du gekauft? Que carro é que compraste? Welche Zeitung hast du abonniert? Que jornal é que assinaste? Wen haben Sie gesehen? Quem é que você viu? Wen haben Sie getroffen? Quem é que você encontrou? Wen haben Sie erkannt? Quem é que você reconheceu? Wann sind Sie aufgestanden? Quando é que você se levantou? Wann haben Sie begonnen? Quando é que você começou? Wann haben Sie aufgehört? Quando é que você terminou? Warum sind Sie aufgewacht? Porquê é que você acordou? Warum sind Sie Lehrer geworden? Warum haben Sie ein Taxi genommen? Woher sind Sie gekommen? Wohin sind Sie gegangen? Wo sind Sie gewesen? Wohin sind Sie gegangen? Wem hast du geholfen? Wohin sind Sie geholfen? Wohin sind Sie geschrieben? Wer hast du geschrieben? Wer hast du geantwortet? Wer hast du geantwortet? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Fifty Languages Sieben und Achtzig Oitenta e sete Vergangenheit der Modalverben 1 Passado dos Verbos Modais 1 Wir mussten die Blumen gießen Tivemos de regar as Flores Wir mussten die Wohnung aufräumen Tivemos de arrumar o apartamento Wir mussten das Geschirr spülen Tivemos de lavar a louça Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Vocês tiveram de pagar a conta? Musstet ihr Eintritt bezahlen? Musstet ihr Eintritt bezahlen? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Wer musste sich verabschieden? Wer musste früh nach Hause gehen? Wer musste den Zug nehmen? Wer musste den Zug nehmen? Wir wollten nicht lange bleiben Wir wollten nicht trinken Wir wollten nicht stören Ich wollte eben telefonieren Ich wollte ein Taxi bestellen Ich wollte nämlich nach Haus fahren Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen Ich dachte, du wolltest die Auskunft 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 anrufen Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen. Ich dachte, du wolltest eine Pizza. 50 Languages 88 Passado dos verbos modais 2 Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen. O meu filho não queria brincar com a boneca. Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Er durfte kein Eis essen. Er durfte keine Schokolade essen. Er durfte keine Bonbons essen. Er durfte keine Bonbons essen. Ich durfte mir eine Praline nehmen. Ich konnte ein Schokolade nehmen. Ich konnte ein Schokolade nehmen. Du musst du im Flugzeug rauchen? Du musst du im Flugzeug rauchen? Du musst du im Krankenhaus Bier trinken? Du musst du im Krankenhaus Bier trinken? Du musst du den Hund ins Hotel mitnehmen? Du musst du im Hotel mitnehmen? Du musst du imokussculos leben. Du musst du im Wikipediaaire bleiben. Ich versuche Zeitung. 50 Sprachen 50 Sprachen 89 89 89. Imperativ 1. Imperativo 1. Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. És tão preguiçoso. Não sejas tão preguiçoso. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Du dormes até muito tarde. Não durmas até tão tarde. Du kommst so spät. Come doch nicht so spät. Du vängst tão tarde. Não vängst tão tarde. Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. Du riste tão alto. Não rias tão alto. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Du falas tão baixo. Não falas tão baixo. Du trinkst zu viel. Trinke doch nicht so viel. Du bebes demais. Não bebas tanto. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Du fumas demais. Não fumst tanto. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. Du trabalhas demais. Não trabalhes tanto. Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. Du vais tão depressa. Não vás tão depressa. Stehen Sie auf, Herr Müller. Levante-se, Sr. Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Sente-se, Sr. Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Fique sentado, Sr. Müller. Haben Sie geduld. Tenha paciência. Nehmen Sie sich Zeit. Vá com calma. Váten Sie einen Moment. Espera um Moment. Seien Sie vorsichtig. Tenha cuidado. Seien Sie pünktlich. Seja pontual. Seien Sie nicht dum. Não seja estúpido. Fifty Languages. Ninzig. Noventa. Imperativ 2. Imperativo 2. Rasier dich. Faz a barba. Wasch dich. Lava-te. Chem dich. Penteia-te. Ruf an. Rufen Sie an. Liga. Ligue. Fang an. Fangen Sie an. Começa. Começa. Hör auf. Hören Sie auf. Para. Pare. Lass das. Lassen Sie das. Deixa isso. Deixe isso. Sag das. Sagen Sie das. Diz isto. Diga isto. Kauf das. Kaufen Sie das. Compre isto. Compre isto. Sei nie unehrlich. Nunca sejas desonesto. Sei nie frech. Nunca sejas atrevido. Sei nie unhöflich. Nunca sejas mal educado. Sei immer ehrlich. Sei sempre honesto. Sei immer net. Sei sempre simpático. Sei immer höflich. Sei sempre bem educado. Comen Sie gut nach haus. Chegue bem a casa. Passen Sie gut auf sich auf. Tome cuidado. Besuchen Sie uns bald wieder. Volte a visitar-nos em breve. Fifty Languages Oração subordinada com que. Um. O tempo talvez melhore amanhã. Woher wissen Sie das? Como é que você sabe isso? Ich hoffe dass es besser wird. Eu espero que melhore. Er kommt ganz bestimmt. Ele vem de certeza. Ist das sicher? De certeza? Ich weiß dass er kommt. Er ruft bestimmt an. Er de certeza que vai telefonar. Wirklich? Ich glaube, dass er anruft. Der Wein ist sicher alt. Wissen Sie das genau? Tenha certeza? Ich vermute, dass er alt ist. Eu suponho, dass er velho ist. Unser Chef sieht gut aus. O nosso Chef é bonito. Finden Sie? Achas? Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Acho que er ist wirklich sehr schön. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. O Chef hat bestimmt eine Freundin. Glauben Sie wirklich? Achas mesmo? Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. 50 Languages 92 92 Nebensätze mit das 2 Oração subordinada Oração subordinada com que 2 Es ärgert mich, dass du schnarchst. Irrita-me, dass du so viel Bier trinkst. Irrita-me, dass du so viel Bier trinkst. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. Irrita-me, dass du so viel Bier trinkst. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er milionär ist. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Ich bin glücklich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass sie interesse haben. Ich bin glücklich, dass sie interessiert haben. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Ich bin glücklich, dass ich kein Geld bei mir habe. Ich bin glücklich, dass sie keinen Geld mit mir haben. Ich bin glücklich, dass sie keinen Geld mit mir haben. 50 Sprachen Und Tag. Ich bin glücklich, dass sie mir lebt sind. Ich bin glücklich, dass sie mich liebt haben. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. Ob er mich wohl liebt? Ob er wohl zurückkommt? Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er lügt. Eu pergunto-me, ob er wohl an mich denkt? Será que er wohl an mich denkt? Ob er wohl eine andere hat? Será que er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er mich wirklich mag? Ich frage mich, ob er mich wirklich mag. Ich frage mich, ob er mir schreibt. Ich frage mich, ob er mich wirklich mag. Ich frage mich, ob er mich heiratet. Ob er mich wohl wirklich mag? Ob er mir wohl schreibt? Ob er mich wohl heiratet? Será que ele vai casar comigo? Fifty Languages Vierundneunzig Noventa equatro Konjunktionen, eins Konjunções, un Warte bis der Regen aufhört Espera até que a chuva pare Warte bis ich fertig bin Espera até eu me despachar Warte bis er zurückcomte Espera até ele voltar Ich warte bis meine Haare trocken sind Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos Ich warte bis der Film zu Ende ist Vou esperar até que o filme tenha acabado Ich warte bis die Ampel grün ist Vou esperar até que o semáforo fique verde Wann fährst du in urlaub? Quando é que vais de férias? Noch vor den Sommerferien? Ainda antes das férias do verão? Ja Noch bevor die Sommerferien beginnen Sim Ainda antes das férias do verão começarem Reparier das Dach bevor der Winter beginnt Arranja o telhado antes que comece o inverno Wasch deine Hände bevor du dich an den Tisch setzt Lava as mãos antes de te sentares à mesa Schließe das Fenster bevor du rausgehst Fecha a janela antes de sair Wann kommst du nach Hause? Quando voltas para casa? Nach dem Unterricht? Depois das aulas? Ja Nachdem der Unterricht aus ist Nachdem er einen Unfall hatte konnte er nicht mehr arbeiten Depois de ele ter tido um acidente ele não pôde mais trabalhar Nachdem er die Arbeit verloren hatte ist er nach Amerika gegangen Depois de ter perdido o trabalho ele foi para os Estados Unidos Nachdem er nach Amerika gegangen war ist er reich geworden Depois de ter ido para os Estados Unidos ele ficou rico 50 Languages Há quanto tempo é que ela não trabalha? Desde o seu casamento? Ja Sie arbeitet nicht mehr seitdem sie geheiratet hat Sim Ela não trabalha desde que se casou Seitdem sie geheiratet hat arbeitet sie nicht mehr Seitdem sie sich kennen sind sie glücklich Desde que se conhecem eles estão felizes Seitdem sie kinder haben gehen sie selten aus Desde que têm crianças eles saem pouco Quando é que ela vai telefonar? Während der fahrt? Durante a viagem? Ja während sie autofährt Sim enquanto ela está a conduzir Sie telefoniert während sie autofährt Ela telefona enquanto está a conduzir Sie sieht fern während sie bügelt Ela vê televisão enquanto passa a roupa Sie hört music während sie ihre aufgaben macht Ich sehe nichts wenn ich keine Brille habe Ich verstehe nichts wenn die Musik so laut ist Ich rieche nichts wenn ich schnupfen habe Wir nehmen ein Taxi wenn es regnet Wir reisen um die Welt wenn wir im Lotto gewinnen Wir fangen mit dem Essen an wenn er nicht bald kommt Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco Fifty Languages Sechs und noinzig Noventa e seis Conjunktionen drei Conjunções três Ich stehe auf sobald der Wecker klingelt Ich werde müde sobald ich lernen soll Ich höre auf zu arbeiten sobald ich 60 bin Ich hilf Ou parar de trabalhar quando fizer 60 anos. Quando é que você vai telefonar? Assim que tiver tempo. Ele vai telefonar assim que tiver tempo. Quanto tempo é que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar enquanto puder. Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde. Ele está na cama em vez de estar a trabalhar. Ela lê o jornal em vez de cozinhar. Ele está no bar em vez de ir para casa. Pelo que eu sei, ele mora aqui. Pelo que eu sei, a sua mulher está doente. Pelo que eu sei, ele está desempregado. Eu adormeci. Se não, teria sido pontual. 50 Languages Ele adormeceu mesmo com a televisão ligada. Ele ainda ficou mesmo já sendo tarde. Ele não veio, apesar de nós termos marcado um encontro. A televisão está ligada. Mesmo assim, ele adormeceu. Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou. Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio. Embora não tenha carta de condução, ele conduz. Embora a rua esteja escorregadia, ele vai depressa. Embora esteja bêbado, ele vai de bicicleta. Ele não tem carta de condução. Ele não tem carta de condução. Mesmo assim, ele conduz. A rua está escorregada. Mesmo assim, ele vai depressa. Ele está bêbado. Mesmo assim, ele vai de bicicleta. Ela não encontra emprego, embora tenha tirado um curso superior. Ela não vai ao médico, embora tenha dores. Ela não vai ao médico, embora tenha dores. Ela vai comprar um carro, embora não tenha dinheiro. Ela vai comprar um carro, embora não tenha dinheiro. Ela tirou um curso superior. Mesmo assim, ela não encontra emprego. Ela tem dores. Mesmo assim, ela não vai ao médico. Ela não tem dinheiro. Mesmo assim, ela vai comprar um carro. 50 Languages 98 98 Doppelte Conjunctionen Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. A viagem foi bonita, mas demasiado cansativa. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. O comboio foi pontual, mas demasiado cheio. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. O hotel era confortável, mas demasiado caro. Er nimmt entweder dem bus, oder den Zug. Ele apanha o autocarro, ou o comboio. Er kommt entweder heute Abend, oder morgen früh. Ele vem hoje à noite, ou amanhã de manhã. Er wohnt entweder bei uns, oder im hotel. Ele mora conosco, ou no hotel. Sie spricht sowohl Spanisch, als auch Englisch. Sie hat sowohl in Madrid, als auch in London gelebt. Ela morou tanto in Madrid, como in Londres. Sie kennt sowohl Spanien, als auch England. Ela conhece tanto a Espanie, als auch England. Er ist nicht nur dum, sondern auch faul. Er ist nicht nur dum, sondern auch faul. Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Er ist nicht nur dum, sondern auch faul. Er ist nicht nur dum, sondern auch faul. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. Ich mag weder Oper noch Ballett. Ich mag nicht nur Oper, sondern Ballett. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Je älter man wird, desto bequemer man wird. Quanto mais velho se fica, mais confortável se torna. Fifty Languages Noin und noinzig Noventa e nove Genitiv Genitivo Die Katze meiner Freundin O gato da minha namorada Der Hund meines Freundes O cão do meu namorado Die Spielsachen meiner Kinder Os brinquedos Das ist der Mantel meines Kollegen Der Knopf von dem Hemd ist ab Der Schlüssel von der Garage ist weg Der Computer vom Chef ist kaputt Wer sind die Eltern des Mädchens? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? Das Haus steht am Ende der Straße Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? Wie heißt der Titel von dem Buch? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? Wann sind die Schulferien von den Kindern? Wann sind die Schulferien von den Kindern? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Wann sind die Sprechzeiten von dem Museum? Wann sind die Sprechzeiten von dem Museum? 50 Languages Hundert 100 Adverbien Adverbios Schon einmal? Noch nie? Já? Alguma vez? Nunca? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Nein, noch nie? Nein, noch nie? Nein, nunca? Jemand, niemand Alguém, ninguém Kennen Sie hier jemand? Conhece aqui alguém? Nein, ich kenne hier niemand Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier Nein, ich kenne hier nicht mehr Nein, ich kenne hier nicht mehr Nein, ich kenne hier nicht mehr Schon etwas Schon etwas Noch nichts Schon etwas? Alguma coisa? Ainda não Nada Haben Sie schon etwas gegessen? Ja comeu alguma coisa? Nein, ich habe noch nichts gegessen 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 Noch jemand Niemand mehr Nein, ich habe noch nichts gegessen 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 Untertitelung des ZDF, 2020